Wir sind hier in Griswil, auf 700 Metern über dem Meer, am Thunersee, zwischen Thun und Interlaken. Wir sind die Familie Kempf, das ist der Vater Christian Kempf, die Mutter Marianne Kempf und ich bin Beat Kempf. Wir führen einen mittelgrossen Bergbetrieb in Bergzone 2 in eine Generationengemeinschaft. Wir haben 22 Schweissfleckviehkühe im Schnitt und haben einen reinen Grünlandbetrieb und produzieren Milch. Ein Teil unserer Milch wird im Sommer zu Alpkäse verarbeitet und der Rest, der grössere Teil, gibt es in der industriellen Verarbeitung. Wenn die Milch in die industrielle Verarbeitung gibt, gibt es in diesem Sinne den Preis, den der Verarbeiter ihm geben will. Entweder ist man mit ihm zufrieden oder nicht und wir sind eben nicht ganz zufrieden damit. Darum haben wir gesehen, anstatt einfach zu jammern und zu sagen, es ist nicht gut, haben wir uns dafür entschieden, unsere Milch oder einen Teil unserer Milch selber zu verarbeiten oder da so selber verantwortlich zu sein für die Wertschöpfung, die es dann ausgibt. Wir werden jetzt eine Hofkäserei machen und dort werden wir unsere Milch vor allem zu Weichkäse verarbeiten. Das ist so Weissschimmelkäse und dann auch Halbherdkäse und eben mit diesen Produkten irgendetwas Spezielles machen, ein wenig verschiedene Arten machen, irgendetwas auszutüfteln, was es bis jetzt vielleicht noch nicht gegeben hat, was vielleicht auch für die Region nicht ganz typisch ist. Einfach etwas, was speziell von uns ist und wenn wir sehen, dass es wirklich gut läuft, und wir versuchen auch auf andere Produkte auszutüfteln und vielleicht Joghurt oder etwas wie die Art auch noch machen. Ich freue mich auch heimlich, dass wir das mit dieser Hofkäserei und diesem Hofladen verwirklichen können. Und dass Beat jetzt genau das machen will, was wir schon vor Jahren im Sinn hatten. Ich freue mich auch sehr darauf, dass ich meinen Beruf, den Gärtner, auch in den Hofladen bringen kann. Und dass wir unsere eigenen Produkte, die wir vom Hof haben, sei es der Käse, das Fleisch, die Sachen, aber auch meine Sachen vom Garten brauchen können. Ich habe den Sinn, auch etwas mit Kräutern mehr zu machen und zu schauen, was die Leute gerne haben. Was uns alle drinnen sehr am Herzen liegt, ist die Schule auf dem Bauernhof. Das ist so etwas Dankbares, wenn wir den Kindern beibringen und zeigen, wie eine Kuh gefüttert wird. Sie dürfen Kuh melken, sie dürfen Kälbchen drehen. Und dann möchten wir gerne den Käse ein wenig integrieren, damit sie dann auch sehen, wie man Käse machen kann. Wie sie dann mithelfen bei all diesen Sachen. Das ist sehr wichtig. Ich war als Junge im Justiztalo in Zalb und habe dort auch gelehrt Käse. Ich habe einen Käse-Kurs gemacht. Darum würde ich dann zum Start auf einen Käse sein mit B.A. Zemmesicher. Ja, wenn wir den Sättchen kaufen können für die Milchgenossenschaft, mussten wir dann alles rausräumen, weil alte Milch sank. Und hinterher waren noch viele alte Sachen. Käsefeste, alle Sankenkücheln und sonst viele Krümpel. Und dann haben wir die Däcke angeschlissen, die Wände abgespitzt. Und jetzt sind wir um meine neue Bäume. Wenn wir ein wenig in die Zukunft schauen, wäre das Ziel, unsere Milch letztendlich alle selber zu verarbeiten. Und hier zu vermarkten. Aber das ist ein fernes Ziel, denn die Vermarktung ist ein wichtiger Bestandteil des Ganzen. Und daran müssen wir noch schwer werken. Die neue Hofkäserei wird den Betrieb der Familie Kämpf perfekt ergänzen. Sie ist eine super Möglichkeit, aus der Bio-Milch mehr Wertschöpfung rauszuholen. Sie ist aber ein langes Projekt, bis es endlich so weit gekommen ist. Und allein wäre es nicht gegangen. Darum hat die Schweizer Berghilfe ihre Unterstützung zugesichert. Helfen Sie jetzt auch mit und spenden Sie jetzt für die Familienkämpfe. Das war's. 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 Vielen Dank.